Ich will probieren! Ich zuerst! Ich, ich, ich! Guten Morgen alle zusammen! Ich bin schon am Backen, obwohl mein Wecker zum Aufstehen noch nicht mal geklingelt hat. Ja, 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 ich weiß auch nicht, was da los ist, weil ich bin eigentlich ein Morgenmuffel, muss ich sagen. Aber wir starten jetzt. Mengen und so stehen ja unterm Video in der Infobox, ist ja ganz einfacher, schneller Kuchen. Wir kümmern uns jetzt erstmal um den Boden. Und der Ofen, der heizt jetzt schon mal vor auf 100... Ah, ich habe ein bisschen zu niedrig gestellt, das macht nix, haben wir noch Zeit, auf 180 Grad Ober- und Unterhitze. Da das eigentlich ein veganes Rezept ist, stand da halt auch vegane Margarine drin. Und ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, dann nehme ich diesmal auch Margarine. Ihr könnt aber natürlich auch Butter nehmen, wie ihr möchtet. Dann brauchen wir natürlich Mehl. Ich hoffe mal, dass ich das so richtig ausgerechnet habe, ungefähr für meine Form, 18 mal 18 Zentimeter, die ich ja nehme. Und jetzt, wie gesagt, noch die Margarine. Na? So, Dille. Und das tun wir jetzt verrühren. Jetzt haben wir den richtig schön verrührt. Und jetzt tun wir einfach unser Backblech hier auskleiden. So, und dann können wir nämlich gleich weitermachen mit unseren Sträußeln. Und zwar brauchen wir das gleiche, nur in unterschiedlichen Mengenangaben. Einmal Zucker. Wieder Mehl. Und wieder Margarine. Und das verrühren wir wieder. So, bei den Sträufen tue ich jetzt am Schluss das einfach nochmal so ein bisschen von Hand machen. Das habe ich jetzt beim Teig nicht gemacht. Da habe ich wirklich das nur mit dem Rührgerät gemacht. Und die Kirschen habe ich jetzt schon mal abtropfen lassen. Und dann können wir das Ganze auch schon gleich ab in den Ofen geben. Träusel und ab in den Ofen. So, unser Kuchen war 35 Minuten im Ofen. Und der ist noch warm. Weil ich wollte den jetzt gleich mitnehmen. Und deswegen, bevor ich dann zur Arbeit fahre, muss ich den jetzt dann schon probieren. Richtig, richtig lecker. Was wollte ich noch sagen? Ach so, ja. Hier oben werde ich noch meinen anderen Kanal verlinken. Abnehmen mit Genuss. Guckt da gerne vorbei. Ist aber auch in der Videobeschreibung in der Infobox verlinkt. Und ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Außer, macht es nach. Lasst es euch schmecken. Und dann hoffe ich, wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Tschüss. Ich will probieren. Ich zuerst. Ich, ich, ich.